Okay, kleiner Crashkurs im Beatboxen. Kurze Erklärung. Beatbox, das ist Sprache. Ich habe eine Konsonantensprache entwickelt. Beatbox, wenn man das so hört, es gibt hier ein super Beispiel, das veranschaulicht ganz gut, wie das Beatboxen funktioniert. Kurz mal hin. In Wein do In Wein News In Wein Auf In Wein in anderen Die 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 Ticke Ticke pum Ticke 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 pum Ticke pum So gut geht das. Ja, also ich war vorhin noch total aufgeregt, das kennt ihr vielleicht, so auf der Bühne zu stehen, da kriegt man immer Lampenfieber, Herzklopfen, hört ihr nicht? Einmal hin. Muss ich mich erstmal locker machen, schon viel besser, wie schlägt mein Herz jetzt? Hört ihr nicht? Einmal hin. Einmal hin. Einmal hin. I like to move it, move it I like to move it move it You like to 1, 2, 3, 4 Level 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 6 1, 2, 4 1, 2, 3, 6 2, 3, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 1